Hallo Freunde und herzlich Willkommen zurück zu Factory 4. Ja, wir stehen hier gerade bei der Batterie mit 32 Millionen FE gelagert. Und ich habe ein bisschen Zeit hier vorne bei dieser Maschinerie hier verbracht. Ihr seht schon, hier sind im Grunde Holzchips drin, die erzeugen Crystallized Merlin Chunks, genauso wie Blocks, indem ich hier oben das Zeug entfütter. Und dann geht es in diese Maschine rein, die Batterien erzeugt. So, wir haben hier noch ein paar, die können wir gleich mal rausnehmen. Und ich habe jetzt Batterien gebaut. Und zwar bis zum Limit. 655 Millionen RF. Größer ging es nicht mit dieser Batterie. Also wenn ich jetzt hier, ich zeige, warte mal, wo sind jetzt hier so eine Tausender? Die Tausender und die hier zusammen, da passiert nichts mehr. Ich habe wirklich das Limit erreicht. Holy shit. Und die Batterie will ich jetzt dann einsetzen. Ich habe außerdem noch eine 118 Millionen RF Batterie. Also wir haben hier schon um einiges mehr Leistung wieder vor. Und ich will jetzt noch schnell die hier kombinieren. Das ist jetzt dann sozusagen die zweite Batterie. Und hätte den Plan, dass wir sozusagen das bisschen umbauen hier oben. Und wir müssen dann kurz hier den Batterienanschluss abbauen. So. Weil im Grunde hier soll dann die kleine hinkommen. Du musst jetzt mal hier raus. Du musst die auch weg. Auch. So. Und die Idee wäre jetzt, dass wir sozusagen die 23 Millionen mit der 49 Millionen hier verwenden. Dann haben wir eine, die 90.000 schon lagert. Okay. Die kommt jetzt im Grunde hier oben hin. Bedeutet, die wird langsam immer weiter aufgefüttert. Das ist perfekt. So wollen wir das. Und dann kommt ein Extraction Cable hier hin. Und füttert das dann nicht an die Stromkabel, sondern an die andere Batterie. Bedeutet, dann wird die aufgefüllt. So. Natürlich, ich will den Puffer von hinten füllen. Bedeutet, hier kommt jetzt dann auch die zweite Energieanlage an. So. Und dann brauchen wir natürlich noch ein Energy Extraction Cable. Energy Extraction Cables. So. Und das wird dann hier vorne angeschlossen. Transfer Rate ist 8.000. Ich glaube, da können wir rein theoretisch sogar höher fahren. Also hier können wir mal bis aufs Maximum gehen. Ihr seht schon, hier wird schon 2 Millionen eingelagert. Das ist natürlich mega gut. Aber die Batterien halten natürlich jetzt ein bisschen mehr. Vor allem, dass wir da auch zwei haben. Sind wir bei über 800 Millionen RF, die wir lagern können. Was natürlich, denke ich, ein guter Puffer ist. Falls wirklich mal ein Stromausfall ist. Oder beziehungsweise wir keine Energie mehr einfach produzieren können. Sind wir in der Lage, einfach diese Batterien bis zum Rand auszunutzen. So. Genauso geht es hier mit unseren anderen Produkten gut voran. Ich habe jetzt hier eine kleine Absaugstation gebaut. Ich habe hier vorne das alles schon fast entfernt, was wir davor gebraucht haben. Und habe hier oben Karotten mit eingefügt, weil die Karotten mittlerweile so bummvoll sind. Aber ich bin, sagen wir mal, in der Sache nicht zufrieden. Es schaut für mich nicht so schön aus, wie ich es gern hätte. Und jetzt habe ich mich mal über... Jetzt habe ich mich über Applied Energistics in dem Mod mal ein bisschen informiert. Und habe mal mir so die Grundingredien gemacht. Flux Crystals. Flux Crystals sind, finde ich, gar nicht mal so schwer zu herstellen. Wir brauchen Distabilized Redstone rein theoretisch. Und diese Crystalized Merlin Chunks. Die haben wir ja schon in Massen. Genauso wie wir auch in All-Alloy-Furnace verändern können. Für mich wäre hier der Metallic Infusion natürlich am interessantesten. Und deswegen wollte ich mir anschauen, wie ich den jetzt baue. Basic Infusion Factory. Warum Basic Infusion? Ich will das da bauen. Ich will das da bauen. Hier so. Und dafür brauche ich einen Osmium Block. Okay. Osmium kann aus dem roten Osmium hergestellt werden. Schauen wir mal. Dann schauen wir nach Osmium Ember. Und Nickel Copper. So, jetzt habe ich vergessen, was mir fehlt. Osmium Ember. Was sind die zwei Sachen? Schauen wir mal schnell. Das ist Quartz Resin. Und Nickel Resin. Nickel Resin. Habe ich gleich noch nicht. Weil Nickel habe ich bis heute nicht produziert. Wenn ich mich nicht irre. Oder habe ich und ich habe es verloren. Das könnte so typisch Standard für mich sein. Habe ich nicht Nickel produziert? Also Nickel ist jetzt kein Problem. Nickel haben wir jetzt. Check. Dann haben wir nur noch das Quartz. Das kriege ich nur aus den Quartz Trees. Blöde dafür brauche ich ja Emerald Dingies. Und halt den Magma Slime Block. Blöde netherrack. Magma Slime. Und den müssen wir ja im Grunde aus Slime Ball und Magma Cream. Blöde aus Starlight Infusion. Oder Mechanical Squeezer. Wait. Habe ich nicht noch Magma Blocks. Ich habe doch die Dinger sogar schon. Magma Cream. Quartz. Warte mal. Quartz. Quartz. Das haben wir Check. Never Rake ist auch kein Problem. Du warst das Problem. Dafür brauche ich diesen Mod. Und da brauchen wir wieder normal Slime Ball. Okay. Der ist verändert. Der ist ein Tinkers Construct. Slime Ball. Das ist natürlich wieder so eine Sache. Ich die aber reintöre aus dem Magma Slime Sapling. Und den kann ich machen mit Blazing Parfairium. Und aus einem normalen Blue Slime Sapling. Dafür brauche ich... Ähm... Parfairium Dust. Dafür brauche ich Blaze Powder und Sulfur. Blaze Powder kann ich aus Hellish Metal... Okay halt. Oder aus dem... Was ist denn das jetzt für den Baum? Glowstone. Habe ich Blaze Powder? Blaze Powder habe ich. Hö. Cool. Ähm... Wie war es? Infernium. Ah, ich habe es vergessen. Aber schau mal... Ähm... Wir haben ja noch eine Variante 2. Die wir hier verwenden können. So, war noch mal Wanda-Sitzing hier wieder. So, hier. Und zwar den hier. Schauen wir uns die mal an. Der braucht Basic Plating. Copper und Bricks Furnace. Okay. Du bist aus Lead. Habe ich nicht Lead? Muss ich gucken. Lead. Lead habe ich. Check. Ähm... Jetzt habe ich wieder... Mh... Ich sage mir die Dinger wieder... Mal einsprechen, ne? Applied. Äh... Okay. Wir wollten alles, wenn es hier so... Und dann Copperplating. Das sollte ja auch kein Problem sein. Zack. Check. Dann... Jetzt muss ich das Ding wieder finden. Graphite Dust. Graphite Dust. Lead Shears. Das gibt es auch. Was? Okay. Äh... Ich finde den nie. Das ist das Schlimme. Zack. Graphite Dust. Was? Crushed Coal in the Manufacturer. Die müsste ich rein tun. Die hätte schon bauen können. Und dann schließe ich den einfach mal hier an. Ah, warte mal. Ich hatte ja schon einen Manufacturer. Was habe ich hier nochmal gemacht? Ah, Graphite Dust. Och, nö. Och, nö. Och, nö. Jetzt habe ich zwei Manufacturer. Hups. Ja, wenn man nicht weiß, was man hat. Hupsi. Dann... Kann ich doch jetzt die hier... Bauen. Machen wir gleich damit alle. Basic Plating. Komplett. Und dann... Dann, dann, dann... Ich verliere jetzt mal den Punkt, wo das Ding ist. Äh... Können wir dich hier... Nice. Dann bauen wir natürlich den... Den hier ab. Und dann brauche ich ja nur meinen Nickel Ember. Ja, den Nickel Ember sollte ich vielleicht mal irgendwo reintun. Ich glaube, ich habe hier noch Copper drin. Kann das sein? Ich habe hier noch Molken Copper drin. Ich brauche mir so eine... Ich brauche jetzt dann mal eine Inget-Form. Ähm... Aber ich will erst mal... Ein bisschen was von dir. Crystalized. Jetzt fängt der nicht auch wieder an. Und ich nehme mal so ein paar... Ich nehme den vierer Block. Gehe mal einfach zum gucken, ob das funktioniert. Auch mit Blocks rein theoretisch. Ich muss ja nur... Ach, das nimmt er nicht an. Okay. Warte, dich muss ich umwandeln. Gut. So, und dann... Ohoho. Okay. Das braucht... Seine Zeit, aber es hat Speed Upgrades. Für das Ding gibt es Speed Upgrades. Äh... Und Energy Efficiency auch. Wie kriege ich da raus? Einen. Okay. Jetzt brauchen wir natürlich dann den Core. Oder das Herz. Ähm... Metacondenser. Muss ich jetzt selber wieder rausfinden. Das ist schon ein bisschen her wieder. MeDrive. MeChest. Ne, warte mal. Oder war das... War ich da jetzt gerade richtig? MeInterface. Ne, warte mal. Es gab den Mittelpunkt der Maschine. Dann wird es das gewesen sein. Und dafür brauche ich... Glas. Ne, warte mal. Ne, warte mal. Ne, warte mal. Fluid Interface. Ne, Cell Workbench. Energy Acceptor. Vibration Chamber. Ähm... Crafting Units. Die sind natürlich mega geil. Crafting Monitor. Es gab aber einen Teil des... Oder war das die Batterie, die ich dann sozusagen angesteckt hatte? Das war pure Nether Quartz Crystals und Fluix Dust. Und den mache ich aus einem Seed. Und den Seed mache ich auch Crush Quartz und Sand. Äh... Aber... Ne, warte mal das anzuschauen. ME-Kabel. Weil der Vorteil ist, wir brauchen danach nur noch im E-Cabling rein theoretisch. Da können wir natürlich die Cover dann auch nehmen und die Glass Cables hier und alles. Ähm... Was ist denn das jetzt hier? Da brauchen wir zwei von denen und einen Quartz Fiber. Crushed Quartz bedeutet, wir brauchen rein theoretisch im Crusher nochmal Quartz. Ähm... Quartz. Da haben wir nochmal ein bisschen was noch übrig. Das heißt nicht genommen, scheiße. Ah doch, da sind sie wieder. Loll. Wir tauschen euch mal kurz aus. Okay, der nimmt's nicht. Ich muss schnell herausfinden, wie ich Crushed... Oder dieses Powder halt produzieren. Im Grindstone... Im Crusher... Manufacturer. Zum Glück haben wir von denen. Zack. Und der braucht natürlich auch seine Zeit. Der macht das aber. Die machen das auch fein. Aber ich kann nicht bei dir was... Von welcher Firma... Von der Nuclear Craft. Äh... Nu... Nuclear... Craft hat hier die Speed Upgrades. Da fehlt mir nur das Mittelteil hier. Und die sollten jetzt nicht so schwer sein. Und du brauchst Crushed Obsidian Dust. Wie kriegt man den auch aus dem Enrichment Chamber oder aus dem Mechanical Squeezer? Okay. Oder halt selber squeezen. Aber die interessieren einen ja auch nicht unbedingt so. Mich interessiert eher das da. Hm? Du willst mir sagen, ich hab keinen Redstone mehr? Dann kriegst du jetzt das Speed Upgrade hier. Und sich mein Freund. Redstone. Muss ich wieder Blöcke produzieren, oder was? Oh, ich... So... Ihr werdet mal zurückgeleitet... Gelitten, 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 gelitten... So... So... Sollte fürs Erste reichen... Wie viel finden das jetzt? Ja... Da kann ich bestimmt... Dann mein Zeug raus machen. Nuclear... Craft... Ah, ich bin im falschen... Inven... Nöss. Mach die alle gleich noch nicht. Wir wissen, ob ich die stacken kann rein, theoretisch. Yo. Ich mach noch mehr von denen. Ganzes Stack davon. Und dann ganzes... Hups. Ich glaub, ich hab grad die Energie gefressen. Ups. Wie schaut's mit den Batterien aus? Die Batterien, glaub ich, gehen jetzt leer wie sonst nochmal. Huch. Ich glaub, das war ein bisschen übertrieben. Wir nehmen mal ein bisschen hier so... den Speed ein bisschen raus. Ich hab's... Ich brauch eigentlich die hier jetzt... Habe ich Obsidian noch auf Lager? Wie viel weiß ich es gar nicht. Obsidian... Zehn Stück hab ich auf Lager. Das kann ich doch in den Mechanical Squeezer schnell reinhauen. So. Ich brauch nur ein bisschen was davon. Danach ist eh wieder gut. Hups. Ich sollte auf die Energieeffizienz erstmal gucken, bevor ich damit anfange. Holy shit. Das ging... Da war schnell... Meine Energie leer. Äh. Hups. Das war irgendwie so... Eigentlich erwartbar, aber... Irgendwie doch... Unerwartet. Das ist jetzt auch kein Problem. Wir machen auch zwei Stück von... Oder... Hab ich mal das ganze Gold verwendet. So. Und wenn ich die jetzt machen will... Ich hab noch keinen Crash Quads, ne? Und das... Könnte ich machen... In dem... Entschuldigung. Jetzt brauch ich doch Quads. Ich hab doch Quads dabei. Was mach ich denn denn? Achso. Ich tu... Ich mach ja genau grad das. So. Und jetzt aber. Okay. Das ist langweilig. Fünf Stück davon. Dann kriegst du... Drei. Du... Zwei. Ah genau. Du brauchst noch einen Redstone. Du brauchst noch einen... Bisschen Redstone. Jetzt sind die ein bisschen... Energieeffizienter. Und saugen uns hoffentlich... Nicht komplett leer. Doch. Saugen sie. Da brauchen wir eindeutig noch mehr Stromkammern. Oder halt in Zukunft... Wirklich einen Nuklearreaktor. Weil das Zeug ist halt brutal. So. Zurück in... Sorry. Aber Leute. Ich würde sagen. Das war's für diese Folge. Ich hoffe euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.